Willkommen zurück. Oh man, ich weiß nicht. So, da sind wir auf jeden Fall wieder. Ich bin ein paar Meter weiter vorgegangen, weil Mr. Morgan irgendwie nicht mehr zu mir gekommen ist. Aber es war nur ein Ladebildschirm und nichts ist passiert. Wir sind nur außerhalb von diesem Labor gelandet und konnten da jetzt durch ein Ladebildschirm laufen. Und jetzt sind wir hier. Und da oben kommt gleich einer. Schau da hoch. Gut. Ach da. Wenn du Z drückst, kannst du zoomen. Das Citadel ist auf vollem Alarm. Ich habe es nie gesehen, wie das so. Die Citadel ist alarmiert. Also ist das bei dir Deutsch? Ja. Der gibt uns gleich unsere erste Waffe. Unsere erste Waffe! Ich freue mich so. Waffe. Bevor ich es vergessen habe, ich denke, du hast das zurück in die Straße. Gute Glück. Du brauchst es. Ich glaube, das müssen wir kaputt machen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Wandalismus. Wandalismus ist was schönes. Wandalismus ist so toll. Wir kommen gleich zu fliegende Augen. Prügel ist tot. Wo ist es? Da ist es. Fütten wir es, fütten wir es. Ich hab's. Ja, ich hab's kaputtet. Ah, Beute. Aua, weglaufen, weglaufen, weglaufen. Wir haben noch keine Chance gegen die. Wir müssen noch hier durch. Ich konnte nicht rein. Dann lernt springen. Ah, ich wurde angeschossen. Hier, hier, lauf, 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 hinter uns, Zug, lauf! Ah! Hier links, hier links, hier links, hier links. Ich bin so abgeschossen von Zügen überfahren. Das wollen die Familie. Bist du? Ah, ja, gut. Alle kaputt machen. Alle kaputt machen. Okay. Und dann hier rüber, genau. Bist schon richtig gesprungen. Nein, du... Bist du nicht, wir müssen zurück. Okay. Wir müssen da rein. Moment, um irgendwo rüber. Ja, zu, äh, ja. Das ist nicht zu, das wäre das Beste. Komm nicht mal rein. Komm hier nicht hoch! Ich höre so ein Paki. Ich mach's nicht doch schon auf. So. Jetzt über die Wegen. Über die Wegen hier rüber. Und dann ist lauf, hinter uns sind tausende. Oh Gott, da warten welche auf uns. Du bist gleich tot. Hast du ne Pistole? Nein. Ich auch noch nicht. Warte, ich geh hier hinter und schlag das auf. Und dann rennst du durch, okay? Okay. Nein, oh! Ich hab ein Heilschack bekommen. Oh, aua, aua! Ich hab noch ein Heilschack bekommen. Ich hab noch ein Heilschack bekommen. Das war so geil. Oh, ha, 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 ha! Das ist nicht so geil. Hör auf, auf das Faszuschiss, du Depp! Aua! Ja. Ich wusste gar nicht, dass da Wachen sind. Lebst du noch? Ne, oder? Nein. Nein. Okay, dann geht's gleich, so. Oh ja, wieder hier. Yay! Dieses Mal ein bisschen taktischer einfach durchrennen. Sofort. Ja, geh weg, du Kackauge. Oh, falsche Richtung. Ich bin in die falsche Richtung gerannt. Aua. Taktisch, ja? Lass mich. Ah! Ah! Der Zug ist schneller, nicht! Ah! Ah! Dann kommt sie bestimmt auch durch, ohne getroffen zu werden. Vielleicht wäre das von Vorteil. Ich bin gleich bei dir. Ah! 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 Geh du vor, ich, ich halt sie auf. Ah! 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 Ich hab' verblrt. Ah! So, weiter geht's. Hier kannst du dich heilen. Gut, Gut, Gut... zweites Hilding extra nur für dich wir kriegen gleich die Pistole geht wenn wir jetzt die Wachen hier töten die gleiche kommen um die Ecke da die da Lass den Ruhe ihr Monster Pistole ich will auch eine ja oh ich will auch eine siehst du den Blutflecken in den Kopf wenn ich sie anschießt doch doch ich will auch eine Pistole aber ich habe sogar ein Elektroschlagstock gefunden ich auch aber ich habe keine Pistole bekommen jaja es kommen noch genug Gegner mit Pistolen hier war eben eine mit FS Taschenlampe gell da war noch irgendwas komm einfach mit da ist doch schon einer ich wüsste übrigens äußerst sparsam mit der Munition sein fällt mir gerade auf ich hab eine Pistole da oben kommen jetzt Achtung immer auf den Kopf schießen zu spät zu spät so warte da tue ich das Explosionsfass hin weil da kommen später welche hochgerannt oder rollen wir es da runter wie müssen wir denn hin? äh wir müssen viel lang ne? folgt mir einfach ich will aber nicht Achtung da kommt jetzt ein Zug durch wir müssen auf den Zug und dann auf die andere Seite ACH! ACH! oh Gott tu et jaut! da war's mit drauf ACH! ACH! und das hier rüber ACH! 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 das ist ganz viel und da ist grad einer in mein Gesicht gerannt ja hab ich gesehen hab ich abgeschossen ich auch so ich hab jetzt 100 Schuss ich geb die Rückendeckung komm du rüber huuuu aber nur 30 Gesundheit hm du hast noch 60 ok so dann gehen wir mal rein hier äh so aufschlagen mach auf mein Bimbo so und hier ist glaub ich auch irgendwo Heilung da ist Heilung äh ich brauch Heilung ah du Arschloh Ich brauch Heilung huuuu uuuu oh zack so aua ahahaha blunde in der Fresse da oben kommen gleich Feinde n � sie nicht draufschießen da oben kommen gleich erst Feinde ach so schieß gar nicht da drauf ok so aufmachen da oben kommen jetzt gleich Feinde aua Hatshut Auf die Fässer! Auf die Fässer! Genau! Ah! Schmerztod und Zerstörung! Ist auch voll der Blut. Ah, erwarte einfach auf den Respawn. So, hallo. So. Waren wir da schon drin? Ja. So. Müssen wir hier drüber. What the fuck? Achso, ich dachte grad hier wär ja schon irgendwas gefährlich. Das lauf einfach! Einfach hinter dem Retter bleiben. Und hier rein. Oh! Rechts, hier rein! Alter, weg! Ah! Oh, hallo. Supple die Küste. Geh mal weg! Ah, ganz viel Heilung und was ist. Ja, ich hab auch. Uh! Uh! So ein Wichser! Stipp! Na, was ich le... Hinter dir so ein Blitzgeding ist! Über dir! Hinter dir! Hinter! Die machen doch nichts! Aua! Aber der macht was! Überlebe! Überlebe! Ich hab noch 100 Leben. Ich hab noch 150 Schuss. Ich hab noch 150 Schuss. Verarsche! Ich hab noch 150 Schuss. Wir müssen da runter. Aua! Achtung! Zug kommt! Und wir müssen da rein. Ja, du hast auf jeden Fall diese Falle von denen schön aktiviert, aber gleichzeitig alle von denen getötet. Aua! Ich bin so schlau! Aua! 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 Hier ist doch ne Heilungsstation. Können wir uns heilen. So. Nimm du den Rest. Hinter dir! Ich hör dir die Wachen, die da kommen. Wo hab ich denn? Da oben drüben! Aua! 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 Was macht mir denn so viel Schaden? Kau, ich hab noch was. Kamst du? Warte, ich schalte gerade hier hinter uns aus. Komm nicht noch von hinten ganz viele. Oh, das klingt schon wieder so falsch. Von hinten kommen ganz viele. Heile! So. Du hast voll. Gut. Heilig. So, warte. Wir machen erstmal die auf. So, weil von hinten kommen gleich ganz viele, die müssen vorrehen. Oh, von vorne kommen ganz viele. Okay. Oh, gut, dass du sie... Hinter uns ist einer noch! Ist sie tot? Da müssen wir runter. Müssen wir runter. Geh weg, ihr Wexer! Da müssen wir runter. Ich halte Lichterkopf. Geh auf! Geh auf! Ich hab keine Money mehr! Klags auf! Ich hab keine Money mehr! Geh auf! Renn, 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 renn! Da ist aber ganz viel Money drin. Schnell! Die Wache steht schon hinter dir übrigens. Strange! Was war das? Haben die denn schon Granaten, oder was? Ich hab ne Granate gewogen. Was? Du hast schon Granaten? Aua! Ah, ist los. Aua! Ist ja noch einer! Guck mal, das Wasser ist wie in der Toilette. Braum! Oh, dort fahren wir eben ne runde Boot! Warte, ich hab's gerade umge... Da, jetzt halt, jetzt halt, jetzt halt! Ich will auch rein! Oh, Mann! Ja, komm rein! Ich fass... Okay, ich bin drunter. Aua! Irgendwas mach ich hier falsch. Aua! Verdecke dich! Der Dreck muss weg! Ups! Ich hüpfe irgendwie auf die Kiste die ganze Zeit. Wurfballer! Alalala... So... So... Ah ja, hier kommt gleich ein Ladebildschirm, keine Angst. Ja, dann ist Aufnahmepause. Ja, was sagen wir nach dem Ladebildschirm dann? Äh... Ah! Was ist das denn für ein Vieh? Ein Vorty-Nound, oder wie sie heißen. Sind die gut oder böse? Die sind gut. Was war das mit Blut an der Fretze? Oh, geht nicht, aber der. Nyeh! Siehst du das? Ja. Ja, äh... Ich steig hier in dem Tipp... Oh Gott, das macht das schon. Ich hab den Fernseher. Ich will hier raus! Party! Du darfst es noch kaputt. Auf. So, das war's dann für heute! Also mit dieser Aufnahmesession... Er verbrennt sich hier gerade, ich verkrieche mich vor ihm... Ieeeeeeeh! Ich bin eh nicht mehr in Flachen. Ob ich das gar nicht ausge پrivs bin, euer Insert Meaner Und euer Mister Morgennnnngln!